Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Battlefield 3 ja das ist das erste Mal dass ich Battlefield 3 hier spiele ganz genau das Spiel allererster Battlefield 3 neue Computer erstmal Battlefield 3 der Grund dafür gibt es nicht es gibt einfach keinen Grund dafür kein richtigen und ja einfach mal noch zocken mal gucken was es hier gibt mal schauen was sich so ergibt ich bin sowieso grottenschlecht in dem Spiel von daher aber etwas was ich mache ist erstmal den Ton leiser stellen wo es ist extrem laut für euch das vielleicht stand leiser sein aber er hätte mich wenigstens und ich muss ihm lassen werden ich komme auf einer Partie haben versucht nicht zu sehr zu betränken und er hat versucht zu messern und umgekehrt sie damals nicht ja 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 ich bin ja ja ich versuche mal zu messern weil ich brauche noch ein Messer kühl und erst wenn ich den habe höchst auf andere zu messern noch ein verdammten Ohr genau Uwe 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 Eifern am Messer kühlschneider wo wir heute Kacke so er hat es flummeln lassen hier so kurz nachladen ich bin Paulus von Zani Körnchen helfen Bambam 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 und Punkte oder der Kiel Messer Kieler sagte er sagte er in den neuen Umdingen ein Messer Kieler so eine schöne Loppe die ist schön die wir erst mal halten hier zeigt die Dose aber ich habe mir noch gemessen warum ich bin erst durch die Kirche einfach nicht warum nicht und warum wird er immer nach da war ich noch lange Zeit auch unlogisch kann nicht sein ich habe durchgespampt wie die Taste hier ich hasse diese Frage aber ich muss sie Schroffenden Kills auch noch kriegen 10.000 Punkte die ist immer gut willkommen auch unlogisch der Köln um auch die um die um die 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 so weit wie so viel verdammt extrem uns überlegen ob das vielleicht als ganz gerne als ganz kommentiert er kann ich mich einiges besser spielen warum ha 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 kill ha 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 so eben anpassen kippen kaputt freigeschalten leute er hat auf die trinne mieden der gegner sind die können so gar nicht er so ausrüsten zubehör flex ich würde gern gegenüber schon eine größere durchschnittliche bereitsteuerung höhere reichwerte sind aber in der kämpfe weniger effizient okay mach reflex und fläche genauer einmal abgehen jetzt so ich bin wieder verkämpft aber jetzt können wir ja nie mehr Leute aber nein es wird zu dumm dafür Konnett der ganz dreißkackengreiß den Kill hier Notfallschweigernach Wo ist hierher nachgeladen Woa 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 Garnate Eine wunderschöne Das ist ein Schwerer, das ist ein Schwerer. toll wurde ich hatten Kiel machen weiße heute mit einem Fett aus dem Arschwecke Leute wird daran so schwer sind so verdammten Messerkill zu machen zack bumm da und kennt das ich da fest Xie der Kopfweh z alle Fester verdammt also in sehr schöner Platz schrägte man schon den Kühl kriegt aber nein genau dann wenn er stehen sollte natürlich keiner ohne 10er-Kill-Serie aufgehalten auch nicht schlecht hier fliehen ja und schön die Fetzen Leute genau von hinten und schau macht er mich wieder auf der Schlag Munition ja genau und zu viel von dort er kann er auch genau sehen hat oder nicht hätten Schauen wir weiter. Wer so gechillt. er hat es denn wieder mal ja nicht gebracht weil die Bildung erlaubt der Zürcher kurz die Gäste unter der F und der F und der F und der F und er sagt zwei Sekunden oder sowas kann wieder erstritten hat zwei Sekunden oder was kann man das die Verwenden man kann auch für die auf F durch durchsperren aber das funktioniert zwei Sekunden oder sowas wieder so weit ich kann einfach greifen da kann uns wieder mal nicht wie immer wir haben gefällt mir so wie ich jetzt habe ich habe noch ein paar Pistolen killt aber mit der Pistole überhaupt nicht das ist wirklich eine absolute No-Go Pistole hier nochmal die mit die sich gemacht wird er ja 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 kommen hier da habe ich den Bieter und von der Erinnerung und Bumst komm her verwegt doch jetzt ja wo es die Zeit geschaltet über die Waffe wieder im Ort und über die Zienerweiterung oder zum Schuss so ein Mann da Ugo Geiger mehr hat sie weiter und weiter geht es nicht mehr so ist für ein Magaziner als König durchschießen wie der Volk-Kur-Marsch klebt er hat und die Spaß freigeschalten da er sahen jetzt geht's los Spaß 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 was damit so unlos jetzt habe ich Spaß in der Backen jetzt habe ich kein viel Spaß in der Backen ja hat um mit der Sorge gemacht hat die Kielze C4 raus so muss da die Einrichtung eliminieren schön die ganzen Wichser mit C4 Trollen ja kommst du nur mehr so macht der Klemmer Kuh und er sagt was er dazu sagt er liebe So, mal gucken mal, was dazu ist, ach jetzt, ey. Mp7, ey, 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 die typischen COD-Zocker, die jetzt drin sind. Ja, ja, also Mittag, Spaß trifft man es für so gut und geht nur mit einer Scheißdurchschlag. Bis zum nächsten Mal, bei der 0. Ja, komm, all der Händler noch. Da wurde durch die Gegend und macht wieder alles kaputt. Was auch sonst, ey. Ja, wir haben ja nicht weitergekommen, weil er wieder 2 zu 5 Fahne. Alter, Schwede, ja. Wo bin ich denn? Bei Henkers oder was? Okay, kannst du spawnen? Oh, come back. Geishner eliminiert. Alter, ich hab' ja schon getroffen, ey. Muitions vom Gipfelg-Fernkämpfer war so ein Map hier. Häh-häh-häh-häh. so ab die Post ja wie ein Tuch stehen haben oder anderen wir sind natürlich obwohl er sei der für Tuchswechsel den großen Vorteil begenommen Ula Bumach 1% noch 1% noch 1% noch 1% noch Kuckmur in der Wahl sitzen werden der Spacken markieren ich weiß nicht mehr verdammt ruhig aber das ist so ein Prozent das ist mein alle erstes in die ihm immer mehr erstes kommentieren was ich bitte für drei Mauer mit der Vorschläge bleiben bis ich überlegt habe ich das besser machen kann ich bin überlegen ob es vielleicht nur noch aber schon seit nur noch aufnehmen und das Gameplay aufnehmen und dann nun einfach nachkommentieren und einfach mal ein bisschen scheitert zu waren sie ihre fixen so ist das meine ich halt soll er jetzt aber los um ja kommen mal da ist das worden gewesen wo pure alle versorgen jetzt gerade von dem Bonus-Beisichtung, los! Wo? Ach, da sitzt der, Alter, jetzt Sniper ich den weg. Den Sniper ich jetzt weg, das hab ich jetzt genervt, so, da. Guck mal lieber, du wirst jetzt einfach sterben. Stirb, stirb, stirb! Stirb, stirb! Gegener eliminiert. Ja, man so offen, wenn man sich am Schluss, ist aber schuld. Stimper … delle anderen in me war Einer hat mich nicht so Ja genau Alter Schwede Die ist schon da und dran Die ist schon kaputt dran Oh, von wo denn immer schwer Die da selber mit der selben Waffe Floppen und in und toxen So dann war ich hier nochmal Dinge hin zum Weder belagieren So So Einer was er erzählen könnte jetzt gerade Nein, ich hab's ja nicht gemessen, den Storten Warum? Das haben wir besser geschenkt können Weiner stieh sich instinctiv auf ihn drauf Ja! 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 Super! Ja, die! da wäre die Schwulen ich habe wollen jetzt habe ich noch ein Kind jetzt habe ich noch die Marke gegammelt also mit Diensten gekommen aber weiß ich auch nicht ebenso das aktualisieren über mich bekommen in diesem schönen erpil und ich will so nicht geschafft haben große.ru oder Kaffee Punkte noch mal Punkte ja 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 kommen ein Kuhl versprennt so schlechter Todemann freigeschaltet der mich ja nicht nur den Spaß am auch und die L 96 90 aufträgern hat man als nächstes das ist Regen für Möseke ist auch noch nicht K dieser Kümmer wird jetzt umgehen und schätzen von 50er Ziel gelten Kirsten zum Schluss nicht mehr und das ist ein Karten und so ein Fünftiger Zeit und Scharki im Koffer Roman schwingt sich schon sehr gute Möglichkeit und das Gameplay vorzusetzen das tun machen werde muss ich mal gucken nicht machen oder ich bin jetzt mal ein Kumpel mit dem ich kann also jetzt kommen wir uns erst mal um ich hoffe ich wollte noch ein paar Kitz mit der hier ich bin immer selber dann spielen wir jetzt mit der womit spielen wir jetzt ich bin hier mit der M4A 1 0 und das Moor die sind 4 1 ein Durchschuss okay dann ist nur ein großer Problem wenn ich immer mein großer Problem ja hat mir war schon zum Männern HG ich wie das nicht recht hoch ein erlaubt war schon zum Moment der war vieler auf einer Seite der Überraschungsmoment der allerdings nicht deshalb meiner Hände gewesen die ebenso dafür ist schön die behalte ich erst mal durch da hat die Kippe alle gesehen oder was so entfällt eben was getrunken mal erhielt wo ich habe ich habe und im Okina schon zu nehmen Kroos Oma L.P. und Krimseln erinnern muss ich mir zu entgegenheiten so Buhn um du bist du das Wort wieder er hat mich gesehen weiter im Text jetzt um uns nur über das Gefühl wo aber jetzt auch die Hattigkeit in ACDR sogar der Waffe er hat zum Fehl allerdings der zwei gewesen das heißt hat sich das wird gekauft was letztens 2 und mit dem Angebot war er ist ja okay du musst nicht sinnlos sich die Gegend schießen die schöne Munition von Ballmer lieber das ist ja ja ich wollte gerade reingeworfen zum Anfänger um weil er jetzt ab die Post und was über den sieben sechsten gehen auch ich habe schon mal schlechteres gehabt und genau und er war doch vor dem Gesicht ist nur eine Verregnete dran muss ich wechseln vor Osmo zu Ostdinger oder was er hat sie immer nur sehr verfolgt hat ein Nachteil der Vorteil mein Lieber mein Nachteil oder Vorteil da er hat er auch voll getroffen voll ins Gesicht in der Regel war er jetzt habe ich einen doppelten Kill gemacht mit der AT-Rakete von ins Gesicht ins Gesicht Prozent das Vorhinein er hat mich aufs Krieg in der Strecke wie nix schreibt man die Kommentare wenn ihr wollt also es ist kein Muss für euch also ich verlaufe ich möchte es jetzt ganz seit nur Kommentare schreibt unter meinen Videos hier und da man keines Kommentar wäre schon die Supergirl ich bin wenn ich habe ich jetzt keine Hälter zumindest kennen die mich ständig zu hätten ein wie es sich der Macher übrigens von solcher Dörter glaube ich gehabt aber ein welcher weil ich damals so ein bisschen der mit der Hektar und aber nun im Weg Monomo verpackt in drei ist ja grottenschlechtes Game meinten welche nur dass er grottenschlecht ist dass ich hacke also ich habe gehackt gebe ich auf und zu ich habe keine Angst vor er hat mich deswegen zu hacken wo das Spiel grottenschlecht war nur weil die es kaputt suchten wollen da sollen sie da kaputt suchten aber ich habe übrigens außerdem nur aus Versehen hackt und nicht absichtlich für die die es wissen wollen zwar ist wie viele Seiten hätten und hast nicht gesehen aber für mich ist Hecken nicht für mich ist Hecken nicht gleich immer Hecken deswegen nur um euch das eben ganz geschild klar zu machen aber es gibt unter Unterschied zwischen Hacker und Cheater weil um Hacker sind die komplett die guten und Tieter sind die schlechten er hat schon schon mal was von Hacker gehört die Systemlücken und Sicherheitslücken in verschiedenen PC-Systemen suchen und die sind dann an die Firmen weitergeben die werden er ist es zu angeheuert das zu machen deswegen sagt man Hecker sind die guten und Tieter die sich in Spieler einschieben um sich das Spielerlebnis zu verschönern und zu verbessern das sind die schlechten entschieden ist immer schlecht hätten gibt es auch gute Seiten von deswegen spricht man in der Regel auch in der meisten eigentlich spricht man ja von Tieter wenn man in einem Spiel ich bin jetzt mal wieder hekt dann schiedet man letztendlich nur in dem Spiel weil man sucht sich die Systemfehler raus die das System hat schleicht sich dadurch in das System ein und verändert es zu seinen Gunsten insofern möglich das geht eben nicht bei jedem Spielen es gibt zum Beispiel ein Spiel es gibt welche Spiele kann man tracken manche wiederum nicht zum Beispiel gibt es ein Spiel was wenn man trägt folgendermaßen passiert ist man bekommt er am Anfang einen unendlich großen Endboss sozusagen gestellt der hat ich glaub 50.000 da 50k oder so ein Leben die man gar nicht wegkriegt der Boss ist einfach nicht zerstörbar das ist ein Cracker das ist ein Anti-Crack-Tool in dem Spiel der ist installiert wenn das Spiel ohne zulässigen System käme aktiviert wird oder gestartet wird dann um mit das Spiel automatisch diesen Anti-Crack-Tool den Erstaaten und dadurch um existiert an dieses komische Dingern dieses diese Fett ist Kopie ohne nicht in der Firma wieder und und dadurch kann man dann eben das Spiel wird dadurch sozusagen nicht unspielbar sondern einfach nur nicht mehr lösbar man kann das Spiel aber nicht hundertprozentig vollenden zwei hat eben dieser Skorpion am Anfang direkt die ersten zwei Prozent da schon da ist also neulich dass man jetzt eben zu sagen wie das genau läuft bei diesem ein Spiel da die es genau das heißt weil sie nicht wenn ich an den Schrauben sich in die Beschreibung übrigens ist ein ganzer Partie lässt und wenn es nicht bereits gemerkt habt wie es ein bisschen langweilig und der Kumpel auch gesagt sie den Chris habe ich gesagt wenn ich etwas getrunken habe und wiederkomme das ist ein Aufnehmer guck mal so muss halt mein Leben warten bis ich für welche dahin gekippt haben und dann einfach durchziehen den Scheiß einfach durchziehen den Rotz richtig schön und nett durchziehen so wenn man auch weg ich merke aber dass mit der Zeit auch vor der Redel ohne kommen und dann immer bis ich besser werde Moment hat gesagt ja 24 14 und auch so gut ist aber ein PIN sagt nur schlechtes 124er PIN der kann wohl nicht sein in der Regel habe ich ein von neun ein neuner PIN aber leider hat er verdammt beschissen ab und download auf Verbindung zu spielen ist meine Seite einfach nur geil auch mal in meine Leitung meine Internetleitung hat zumal spielen connecten will dann hat man einfach nur ja ja kommt zu den Leben einer ich spreche da voll auf die Trufung mehr Schülern Leben das Schilder erleben Komaert Schilder leben Jakob Junge im 16er 3 der Einwärmsturmedien ankommt ich bin dass ich mich für die Kitzel brauche sagt man manchmal lieber vermeinten ja kommen wenn ich da ob ich gleich wieder toten aber wohl nicht mehr sehen und der Gende wohl nicht mehr sehen aber ich glaube schön dran dringend ab dem Wasserraum wieder weg gleich gar nicht gesehen die Pisa der Kämpfer in einer Gruppe Kuhnberg hätten immer verhalten dann sucht man ist er kaputt mit der Ruhr um haben oder zu schreißschauen der ist der Ende des Bärts jahr genau und schickte Euler die Becken zu wie sie da kommen die Lerner Fotzinschreiber und so mit dem die Jahrhund kommen mal da dafür so dreckig und wenn er kritisiert auf was es sieht dann trägt die Waffe Kumpel ist ein viermal verletzt und schießt der gleich war von fünf Seiten sind immer wieder mehr von Koppel und mal einstellen das an einem Mischen Mission Accepted Challenge Accepted Challenge Accepted Challenge Accepted Lort mit Anerkennenden Gericht Amristan Anerkennung Anerkennung das Anerkennung immer krank von mir ein Kriegschirm an Krampen Marsch weil es dort einfach nur unmöglich für diese Krampferner Schild und Kampf Krummall da die Wegsteher mehr das mein Kind jetzt Niklaus jetzt nicht So, gucken weiter. So, gucken weiter, gucken weiter, gucken weiter. Zack, Gegner eliminiert. Ich bin bloß noch nicht, wie sie auf Wappen haben, aber nicht schon ab. So, ich bin bloß noch 50.000 Punkte mit dem, mit der Klasse erreicht, von daher. So, wie ein Pistolenkirmeer. Die Mülliger kriegen die Pistolenkirz. Ah, do it, mach ich mal veranschaue, okay, 20 Prozent, also one hit 80 Prozent, mindestens. To-er-men-Bewegung hab von Beinen geschossen, also eigentlich macht die Dinge im Mo'Neldt. Warum geht's jetzt? Mich programa-Hubetz. Ein Kax is and a hat ein Kax jetzt. Wir können damit zu 1993 sein Ich�� latgisch in den Medien an. Kommen wir lieber zeitlich ins Gesicht schreien Zeitlich ins Gesicht und Zeitlich ins Gesicht Zeitlich ins Gesicht und Zeitlich auch Kacke ist da hat ein schöner Erdschuss werden können Naja Köhlemann Otsudu So weiter geht es Kommerler Flieger zeigt sich Aachen von Doma Führte nicht du war die Wer sonst Olo steckt gelönt gar unlogisch die Kuhmann der Marktmacht in die 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 H.H. Ekelmeer aber es lag jetzt auch hochgeschossen hier durch das Thema Rathus sie durch die Gegner und verlegerts Scheißleiter muss im Nutz bescheiden nachzusetzen schädig die Lüge der Geldarschloch guck mal mit der Schrift auf dem Waffen drauf die man nutzen kann ich will nicht realisiert werden er ist schon mal wieder nicht nicht in sich an so ungenommen und weitergeht es und nein es ist immer ein Verzöger und Absicht sich selbst wieder gesagt so Kostauer aus Schaue Euro Euro hat es jetzt hat es jetzt hat es jetzt hat es jetzt hat es der Herrscher Kakao Haller nicht wieder will jemand der Verschiede dass er nicht wie überlebt sich jetzt wieder an der Branche in der Mutter um und schlüpft dich ins Hirn Schaulämpfer Sekundärfeuern normalen der Kleidung wird kommen an das jetzt so holen und der Kleidner gucken wir mit der ab geht aber schon wieder probiert diesen zu Kombination das Niederhaltung ist ja nicht kack egal ob man Teckleid drauf war oder nicht wenn man der Haltung Spezialist drauf an die Gertriff nicht verdammt geiler also die Spezialisierung Lagerhaltung Spezialisierungen geht also einfach so ab Deer Mahler дett sagt sich sich recht Zack A aprender verschießen ding 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 Schell zurückreiten schönen Idioten mit der Pulitzerổi告 lassen für die Punkte halten so muss er eigentlich wenn ich nicht erweiler so kippt von Neufrauschen nicht gesehen er muss schon in Wanker meiner Schöne Schöner verschöner akzeptiert zack stirbt Bohr ins Gesicht wieder in Kilmeer ich wusste auch eine Rechnung treibt sich aus mein Lieber ein Rechnung treibt sich aus da war einer jetzt aber auch ein ich hab mir ganz schön gebetet Dietmark kann ich nie nicht Bohr das 5 zu 4 nach der KD sie mir ist ein dreißiger Fall und gut vorhin noch halte Schäder Kacke sein ein Kacke ist so ganz wollen wir mal schön nicht die Gegend hier und die Döde uns ein zu Recht meine Lieber Schwede da kann sie aber nicht so durchgehen zack geht er in mir wieder alt und oben wenn man schon noch sterben nicht wenn man geschützt nachladen alles Munitionsvollwaffe ist voll zack Hinschleck ernten Warten 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 in den Warten 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 zack schon wechseln hinlegen Kempke sagt abschließen runter erweilte die von der Schöpfung jetzt ist ist und Spax auch keine Ahnung wieso die schon nicht daran dass ich meinen Hetzel per USB mit meinem PC verbinden muss und und es fällt sich nicht so sehr vertragen im Moment Euro oder verraten naja Schöne bei Kiel bekommen ja meine lieben Leute hier zack ihre oder war mich war ein anderer war einmal wie sie hat bei Kiel bekommen einer Schwede im Wiener Schöne und hier Euro oder Wunder ich in seine Verliegen seine Kämpfer wieder nachladen hinlegen warten schießen nachladen hinlegen warten schießen nachladen hinlegen warten so dass wir schon die ganze zeit leicht gehen zack zwischen der wechseln die waffe denn die dritte schon nicht nötig sein Na, da war kein Erinnern, okay Hab ich mich nur verguckt gerade Sohn, blühen wir mal ein bisschen Wow, da war galake, da war galake, da war galake, da war galake, da war galake So bumm, zack, schmeller ins Gesicht Penis, 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 komm, stirb Kurz nach, zack, da war man hier erste Hilfe, kitt Muni, erste Hilfe, Allah Los, mach ja, animation hier Mecadier steigt Genau, meine Punkte Zack, boom Alle nehmen, schau, der Erinnerung können Oh, zu frühe Freude Danke für die Moni, mal lieber und hätte gerne hier hinten Zack, hab dich hochgelaufen sehen, mal lieber, du bist tot, ey Wenn du nicht zuverläufig hätten gesehen Zack, und wieder ein Kerl Schau, mir viel Männer brauche, nur 50 Stück, sag, zerbrauche ich Zölkchen, 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 zölkchen Schülschel 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 Obdokiemich dann noch mit Pisa und bis zu so schlicht wechseln sich den roten Punkt ist das abhauen dann geht man noch verdammte Scheißer mal beiseite ja sie sich der wir belebt obwohl er auch nicht sicher war das hast du auch mit den Kunden betrieb die Kindheit sich nicht wieder zum Beispiel es ist es ist und von neben dem Kiel zu kommen noch die Punkte das wissen meine Leute anscheinend nicht so man jeweilig hätte ich nicht voll getroffen von der Breitzeit Scheißruf Kumpel zu Bromberg hier so I can show it I can glow be a super dance everything is dancecrake Kumpel 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 Schöner Juli auch gelegt das noch Kumpel wir haben es geschafft wurde jetzt Köln so gut schild jetzt sind für sich für sich in Dosenbund das geht eigentlich um Köln von KD her finde ich ich habe schon mal eine geschlechtere Knie nur wild in die Ecke rumschließen hier den ganzen Scheiß und da habe ich gerade mein Exxon immer losliegen lassen dein Team hat verloren war es zu schlimm, weil ich positiv Knie in 7.000 Punkte bekomme 114er Pinels Verlauptnummer für mich im Prinzip so viele Punkte 25, ja komm M9 Schalt geimpft Master Sergeant 2 Stardock Tag so so 19 Ohrensbinder so Reparatur erledigt, da macht es Boom so, dann würde ich sagen, beende ich das für heute bis zum nächsten Mal, tschö